Willkommen zurück bei Team Souls. Ach, mein Controller-Souls. Beim letzten Mal hatten wir den Penetrator besiegt mit der Hilfe von Bior. Danke dafür, ihr Kumpel. Machen wir weiter mit Welt 1. Schießt mal so ab. Hier steht es irgendwie mal ein paar Abends schützen, ob irgendetwas tot ist. Ja, das gibt's nicht. Ich hab nix von drauf. Nur auf die Fresse. Gras fressen. Komm her. Die Fresse. Hör auf wegzuspringen. Boah, das gibt's nicht. Komm her. Kommst du her? Komm, put, 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 put. Das ist keine Chance. Was ist das da für eine Waffe? Oh, kann ausdauern. Krass. Ha! Eigentlich verlächerlich, weil wir mit dem Speer immer so pieks, pieks. Oh. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, scheiß drauf. Ich schmeiß schon mal was weg. Flammenberg brauch ich nicht. Weg damit. Diesen Winged Speer brauch ich eigentlich auch nicht. Oh, scheiß gespalten. Hier den Wunden Catalyst brauch ich nicht. Weg. Das ist weg. Das ist weg. Die Bolts brauch ich nicht. Weg damit. Oh, nee. Cat brauch ich nicht mehr. Hm. Trotzdem mach ich noch voll viel Zeug. Hm. Nein. Ähm. Ähm. Nächster Typ. Die Bogenschütze. Oh, Steinberg einmal. Yay. Oh, oh. Sie holt ihren Bogen raus. Stopp. Stopp. Was macht der da? Was wird das, wenn es fertig ist? Hm. Hat die KG anscheinend doch kein Upgrade bekommen. Hm, 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 hm. Du kleines Missvieh. Du blöder Roter Ritter. Stopp. 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 Hä. Alles klar. Du machst schöne Backflips Nimm einen heavy Angriff Hör auf mit deinen Backflips Hör mich an Macht der tausend Backflips Oh ne Klau Habe ich zwar schon tausend von Stirb Du hast kein Schild Wie viel Folgen war das gerade? Sechs Stück Ich will mich nicht beschweren Oh Kontrolle ist bei dir Kabel anschließen Zack So, wo konnte ich gehen? Bis hier ne? Oh, ich darf schon erst einmal das machen Wie der Fick weg ist Und dann eigentlich durch Du Arsch ey Ich bin durch Das gibt es nicht Nur wegen diesem fetten Typen ey Also merke Ich kann nicht links an ihm vorbei Boah ey Ich kotze mich halt an Okay, beim letzten Mal habe ich wieder Schwierigkeiten An dem scheiß blauen Drachen vorbeizukommen Ich bin durch Backstab, kill Nice Heavy Angriff, komm runter hier Ha! Dein Backstab hat hier nichts genutzt Jetzt muss ich mal hier die Kralle wegschmeißen Ich versteh nicht, wieso ich noch so wenig Inventarplatz habe Dort könnte ich ja eigentlich auch mal wegräumen Ich habe auch viele von den Heil-Items jetzt dazu gekommen Die könnten natürlich auch wieder platzbar entsprechen Ah scheiße Böse, geh weg Das gibt's nicht Scheiße Böses Aver Oh man ey Ist aber eigentlich immer so Dass ich nicht dadurch sterbe, weil die Gegner irgendwie schlau sind oder so Sondern meistens sterbe ich, weil ich einfach nur dumm bin Man sollte auch im Narkak mit so einem Ritter mit dem Fettschrap benutzt Sollte man nicht blöd rumzaubern, was ewig braucht Und man während der Zauberanimation nichts machen kann Das ist irgendwie taktisch unklug Blöderweise merke ich das jetzt erst Man, der Schütze ist immer gestorben, nur kann man beim Entgegner gewesen Willkommen bei Demon's Souls Das war nice Das war nice So du Arsch Jetzt gibt's revanche Two-Hit-Kill Und wieder sechs Folgen im Gras, nice Ah, ich kann mir das zu denken, dass wir in dem Hintergrund sind Der hat aber zwei Bereiche über den Feuerspiegel Wir haben hier vorne und einer da hinten Wenn ich dann zu lange in dem Hintergrund stehe, dann macht er natürlich Kassel der das Feuer auf den hinteren Bereich Ich muss an den fetten Typen vorbeiführen Jetzt Ich werd's schaffen, ich werd's schaffen, ich werd's schaffen Ich werd's nicht schaffen Ich werd's schaffen Oh, ich hab's geschafft Unglaublich Die Blizzard Oh, scheiße Ähm Scheiße Oh, Pischkopf Wobei, warte nicht, ich hab da einen Ring Ich hab da so einen Ring Moment Ich kann noch hier Ich hab nur Bei wem EIt Polizist Ein P Date Hier Was hörst du? Fynn Was wir könnte? Hier kannst du nicht Ernst Bis zur Mitte, bis hier zu dem Berg gleich gehen kann. Nach dem zweiten Klauzen, jetzt zum Besuchssaal und einfach mittel. Geschafft. Und vor dem Berg. Stürb du es heißt, Achtung. Torban. Torban, Hypermode. Oh nice. Ja, der Kass die ganze Zeit weiter vorher, weil er auf der Bio steht. Ich frage, ob ich nicht schneller die Tritten kommen und vor der Bio. Warum nicht jetzt Mana? Mana! Kassi! Neu! Neu! Geh! Unbekannt. Unbekannt, Unbekannt. Ich frage mich, der Endgänger hier ist ja der falsche König Erland, der macht auch ziemlich starke Magierwürfe. Ich frage mich auch mal, wenn man ein Anti-Magic Field macht, ob der dann alles nicht mehr machen kann. Ich glaube, dass wir ihn hier nicht ausprobieren, vielleicht schenken wir mal, wenn wir nicht mehr sitzen. So, da ist alles weg. Bio müsste sein Leben. Ja, wäre cool, wenn er mir bei dem König Erland helfen könnte. Ich glaube, der ist verrückt. Ich werde den Torban jetzt in den Kampf mit dem NKM nicht aussetzen, weil dann sehe ich den nicht mehr. Chris Blade werde ich schon gar nicht benutzen können. Aber vielleicht doch. Ähm. Ich wollte jetzt ein paar Sachen wegschmeißen, damit ich... Ja, brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich auch nicht. So, damit ich meine Ringe benutzen kann, wie ich will. Dann nehme ich den Ring auf Männliche Schadens genommen und dann nehme ich noch den Ostdauer Regenationsring. Achja, und ich brauche meine Lebensenergie. Dazu benutze ich so einen Männlichkeitsstein. So. Scheiße, habe ich zuviel Zauber ausgewählt. Oh, irgendwie. Warding. Done. Slowway. Ach, scheiße. Ich bin der. Was ist denn jetzt? Der ist ja schon tot, oder wie? Ach ja, der kann auch das Schildschlangen. Scheiße. Scheiße. Dacht mal, ich logge ihn zu Video. Komm mit. Komm, p pip 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 pip... Komm. Komm... Jo, schnapp ihn dir her. Oh, nice. Haha, der wird den voll um... Was willst du dafür denn für eine Waffe? Stopp! Nice Danke Bio Du bist der Beste Hilf mir jetzt mal beim Endgegner und dann kriegst du eine Beförderung Was darf für mich jetzt denn heute? Hm Ich muss aufpassen, dass der mich nicht wieder so packt und die Level abzieht Ne? Im letzten Mal Hab ich ja gewundert, dass ich überhaupt überlebt Ha Bordding Hmm. Jetzt kommt es ein Auto. Es gibt ein Auto. Es gibt ein Auto. Ach so, ich habe die Sachen ein. Ah, das ist auch schon. Ich habe das Auto. Mach dein Aue-Attacke, komm Aue-Attacke Aue-Attacke Autsch Brüder Aua Okay, Warding ist weg, ist nicht gut Scheiße, jetzt mach ich die Attacke Muss was fressen Oh Gott, macht ja viel Schade, wenn ich kein Warding nehme Hammer, Alter Aua Das gibt es nicht Boah ey Ja, ich hab zu viele Zauber Ich muss dann da durch tausend Zauber durchschalten Und finde dann da die Sachen nicht Daran hab ich nicht gedacht Also nochmal zurück in den Nexus Aber wie ist der blaue Drache jetzt nicht mehr da Ist jetzt nicht so schwierig wieder da hinzukommen Krass ey Beim letzten Mal hab ich gegen den gekämpft, aber ich bin ja erstmal besiegt Ja Aber nicht dieses Mal Ja, ich will andere Zauber auswählen Das kann weg Das kann weg Das kann weg Ja Die Zauber auswählen können weg Ja Ja Blablabla So Meine Wunder Wähle ich dann auch ab Damit ich wirklich nur zwischen Warding und Soulway Switchen kann Oh Miracle So Sehr gut So muss es sein Äh, wir werden so Wenn ich mal den Diebesring aus Scheiße, ich hätte auch Zeug ablegen können Verdammt Ne streng gedacht Egal Den nimm mal vorbei Komm her du Arsch Ringe noch mal Krass Hamei So fährt das Schild und dann können wir das trotzdem wegschlagen Was What the? Scheiße Abitäter Das gibt es nicht Ich hätte auch den falschen Zauber ausgewählt Psst Feldflash Es Läuft Schief Awww Ist das nicht der Arm aus Schütze Boah ey Viel mehr kann er nicht schief laufen Ach sind die die fetten Typen scheiße Lass mich jetzt nicht durch Komm her Komm her Komm her Auf deinen Schatten hinzu Carsten Und jetzt Was gibt es jetzt nicht Boah ey krass Ich dachte mir müsste ich mal einmal mit so einem Ding treffen und ich werde tot Schöne Schöne Aber wie viel Schaden der Endgegner einem macht wenn man ein Warding nicht anhat ey Ich verstehe auch wieso ich es halt benutze Benutze Oh Bio ist weg Also zweiter Versuch Also zweiter Versuch Ahja Ich brauche mir die bisschen nicht mehr Mit dem bisschen wird er nix Ja und Können wir auf den anderen Ring switchen Ein Ring of Magical Ähm Ich habe mir bald überlegt Mit dem Schild den so einen Angriff zu blocken bringt der eigentlich nichts Ausweichen will der viel mehr bringen Wieso geht der Aufzug jetzt wieder runter? Wollte mich verarschen heute Was? Hallo? Was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Ich bin hier unten angerufen und krass mich jetzt anhört Was soll das denn jetzt? Wieso geht der Aufzug wieder runter? Das gibt es nicht Ganz groß verarsche Ganz groß verarsche Ich kann ihn zumindest genau wenn er seine AOE Attacke macht wechsle ich halt ganz schnell auf Chris Blade damit ich nicht mehr Schaden nehme Hm Hm Der Aufzug ist grundlos hier unten Jetzt Boah ey jetzt lass mich nach oben und lass mich da durchgehen Ich hab schon verarschen 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 Ja Ich hab schon verarschen Was geht denn? Komm her Das ist ein ganz großer Oh, da machst du schon eine Attacke Oh, bin ich voller reingesprungen Ah, Schild Oh, Schild Oh Alter, ey Oh, die ist haus Ich brauche noch das Warding Autsch Mach deine A.O.E.T. Mach das, mach das die ganze Zeit Mach nichts anderes mehr Mach nur noch diese Attacke Mach nur noch diese Attacke Oh Scheiße Ich dachte, er muss doch dreimal Oh, du Arsch Oh 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 Oh, das gibt's nicht Da unten da, um mein Zeug auszuwählen Nein Nein Vieck Scheiße Kacke Regensenergie Oh, shit Mach doch mal ne A.O.E.T.E.T.E.T.E.E.T.E.E.T.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E Und Warding ist wieder aus. Autsch. Alter ey. Oh, vergesse zu blocken. Ich brauch den Snigil. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, ich mach dich platt. Oh, nice. Besiegt! Cool, ich kann beim Level aufsteigen. Wie hast du meinen liebsten Dämon? Kein Mensch hat einen Appetit für Seelen, wie Usen. Der Rest ist auf dem alten. Wenn es sein wird, dann wirst du wieder zurück. Geh, gehn, 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 gehn. Yay! Ich find den Typen, der falsche König Alan, find ich einfacher als die Maneater. Weil bei den Maneatern... Ey, das Level ist auch so scheiße. Du kannst ganz ehrlich in den Abgrund fallen. Sofort tot. Instakill. Aber dem... Wenn du eigentlich weißt, wie es geht, dann... Soll ich halt einfach... Naja, äh... Gut. Da haben wir jetzt Welt 1 schon abgeschlossen. In New Game++. Klasse. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hast du richtig? geht weiter.